Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich euch hier draußen. Ich hoffe, ihr habt einen, denn hier draußen ist eher, glaube ich, Hochwasserwetter, zumindest hier im Süden der Republik. Es ist der 1.6. und Stu und ich sprechen über den demnächst erscheinenden Film Ivo. Hallo Stu. Hallo und bei uns am besten ist auch Hochwasserwetter. Also es ist alles sehr grau, sehr trist. Und seitdem ich heute Morgen im Frühjahr um 6 Uhr aufgestanden bin, sieht es draußen so aus, als würde es je im Moment anfangen in Strömen zu regnen. Aber es kam noch nichts. Ja, kam noch. Ja, zum Glück wollen wir mal hoffen, dass da jetzt kein A-Teil 2.0 irgendwie auf uns zukommt. Das graue Wetter passt auf jeden Fall, glaube ich, zur Handlung des Films, den wir jetzt besprechen. Denn Ivo ist jetzt nicht unbedingt ein Gute-Laune-Film. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Du hast ihn gesehen, aber ich sehe hier die Handlung. Da sehe ich Worte wie Palliativpflegerin und ALS und andere Schlagworte, die klingen nicht unbedingt nach einer Komödie mit Ben Stiller. Also ich würde mal so sagen, auf dem Poster steht definitiv nicht die neue Erfolgskomödie aus Frankreich. Das ist klar. Ja. Das ist ein Film, der im Grunde all die Klischees und Stereotypen nimmt, die wir vom deutschen Arthros-Kino so haben und richtig schön vermengt. Er ist frisst, er ist grau, er strahlt keine Lebensfreude aus. Aber das muss ja nicht heißen, dass er schlecht ist. Im Zentrum steht die titelgebende Ivo. Das ist halt, wie gesagt, eine Palliativpflegerin. Und die begleiten mich halt eben in ihrem Alltag. Und sie ist halt umgeben von sterbenden Menschen. Die einen sind schon alt, die anderen haben eine Krankheit. Und sie ist relativ gefestigt in ihrem Leben. Sie hat eine Teenager-Tochter, die so auch langsam flüge wird, die sie vermutlich auch alleine großzieht, weil vom Vater sehen wir eigentlich nie was. Und sie hat eine gute Freundin, die halt unter ALS oder ASL? ALS. Das ist doch die Stephen Hawking-Krankheit, oder? Ich glaube, ja. Ich möchte mich jetzt hier nicht in die Nesseln setzen. Das ist auf jeden Fall die Ice Bucket Challenge-Krankheit. Okay, sag das doch. Und mit der verbindet sie eine Freundschaft und sie hat dann mit dem Ehemann ihrer Freundin auch eine sexuelle Beziehung, wobei das jetzt auch nicht so ist. Es wird nicht so inszeniert, als ob es Fremdgehen ist. Es ist mehr so, dass beide das mal brauchen, so diese Zeit für sich einfach mal so Zweisamkeit zu teilen, mal, wie soll ich sagen, ja mal ein bisschen die Sau rauszulassen. Weil, wenn er es halt die ganze Zeit damit beschäftigt, seiner sterbenden Frau zur Seite zu stehen, dann hat er noch eben seinen Job. Und sie hat halt eh ihren Job und ist umgeben von sterbenden Leuten. Und dann kann man schon verstehen, wenn man vielleicht so einmal im Quartal sich für so einen halben Tag ein Hotelzimmer bucht und dann halt eben da Rängelpiez mit anfassen macht. Na gut, okay. Man könnte es ja auch als offene Beziehung irgendwie dann laufen lassen. Das lässt der Film halt eben offen. Also man weiß nicht so wirklich, ob ihre Freundin was davon weiß. Aber die ist halt auch so sehr mit ihrem eigenen Rahmen beschäftigt. Also das ist jetzt keine Eifersuchtsgeschichte. Darin ist der Film gar nicht interessiert. Es ist sogar ganz interessant, dass diese Freundin, die halt eben auch weiß, dass sie halt nicht mehr lange zu leben hat, dass sie auch einfach keinen Bock mehr hat. Also es gibt so Szenen, wo sie ihr auch ganz klar sagt, du, dieses ganze Abschied nehmen, ich habe darauf keinen Bock mehr. Weil ich glaube, das ist auch sehr anstrengend, wenn du eh körperlich am Verfallen bist und kaum mehr Energie hast, außer halt eben zu schlafen oder aufs Aquarium zu gucken. Dann glaube ich, ist es schon sehr anstrengend, sich damit komportiert zu sehen, dass du halt eben von dem und von der dich verabschieden musst oder so und alles regeln musst. Und das spricht der Film auch an. Es ist auch ganz interessant, weil er auch eine Diskussion aufmacht zum Thema Sterbehilfe. Die ist ja in Deutschland. Also es wird so ein bisschen erklärt, also in Deutschland ist sie so nicht möglich, aber auch nicht unmöglich. Ich möchte mich da jetzt nicht genauer mit beschäftigen, weil dann müsste ich hier Häuptigen gefährliches Halbwissen. Das will ich nicht. Aber der Film ist da ganz interessant, was er so zeigt. Also es ist definitiv kein klassischer Unterhaltungsfilm und es ist auch kein Film, der jetzt möchte, dass wir emotional so komplett so in diese Welt oder in die Figuren involviert sind. Es ist mehr so ein kühles Beobachten. Und wenn man damit nicht zurechtkommt, ist Ivo, glaube ich, echt eine Qual. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich schätze mal, du hast ihn nicht im Rahmen der Berlinale gesehen, denn du warst nicht auf der Berlinale. Nein, mit so einer Kunstkacke will ich nichts zu tun haben. Eine ganz normale, reguläre Pressevorführung. Also praktisch. Ich lese hier gerade, dass Pia Hirzegger die Freundin, glaube ich, spielt. Kann das sein? Das ist die, die kennt man aus dem österreichischen. Ich glaube sogar, das ist die Partnerin, ich weiß jetzt nicht, ob Lebenspartnerin oder nur kreativ von Josef Hader. Ja, ja, ja. Also man sieht sie zumindest sehr oft miteinander in, glaube ich, zumindest früheren Hader-Verfilmungen. Jo, ja, wie würdest du denn einschätzen, wie ist so die prozentuale Verteilung von typischem Sterbedrama zu Liebes, wie sagt man, Liebeskarussell? Hält sich das die Waage? Nein, also wie gesagt, Liebeskarussell ist komplett falsch. Also es geht wirklich nicht darum, dass sie mit dem Ehemann ihrer Freundin da rum schnachselt. Das ist nur so eine kleine Episode. Ja gut, okay. Also das ist es gar nicht. Es ist halt wirklich mehr so ein Auszug aus diesem, ich würde fast schon sagen, Alltag dieser Palliativpflegerin. Also ganz oft sehen wir sie auch in ihrem komischen Auto, so einen Kleinwagen, so was weiß ich, Twingo, Skoda, ich kenne mich da wirklich aus. Wir sehen sie, wie sie gerade eben noch im Altenheim irgendwelche Omas massiert und dann schnitt sie an der Tanke und schiebt sich da ihren Big Mac rein zur Mittagspause. Es ist halt was sehr Tristes, was sehr... Unschönes. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich der größte Horror sind ja so Krankenhausflure, Altenheimflure und Behördenflure, weil das ist so architekundische Depression. Aber in umgekehrter Reihenfolge, ich mag die Behörden weniger als Krankenhaus. Beides hat so diesen Flair von Tristesse und Suetidgedanken. Also das ist ganz schön. Da muss ich aber auch immer sagen, dass der Geruch dieser Flure ist das eigentlich Erschreckende für mich. Also wenn ich den jetzt so auf der Leinwand sehe, weiß ich gar nicht, ob das die gleiche Emotion bei mir hervorruft. Aber der Film hat doch sicherlich irgendwelche Vorbilder oder Vergleiche, die man da ziehen kann. Oh, es gab doch mal vor ein paar Jahren dieses Special von ProSIM, von diesem Joko und Klaas, dass sie irgendwie so einem Pfleger oder einer Pflegerin acht Stunden lang mit der Kamera gefolgt sind. Die hatte doch so eine GoPro um. Das war so gerade zu dieser Phase mit Corona, wo wir alle dann auf dem Balkon gestatten haben und haben applaudiert. Und ich finde, Ivo macht es sehr gut deutlich, was das bedeutet, wenn du in so einem Job arbeitest, weil du merkst halt immer, dass die Figur immer sehr am Limit ist. Sie beschwert sich aber nicht. Das ist für sie halt eben auch Alltag. Aber du siehst auch einfach, was sie so aufgibt. Und es gibt einen Moment relativ zu Beginn, da kommt sie in ein Altenheim und ist halt stinkig, weil sie nicht angerufen wurde, weil ihre Patientin halt in der Nacht verstorben ist. Und mein erster Gedanke war so, das ist aber auch ein bisschen fies, einfach so komplett zu sagen, wie die das Tod hätte mal Scheid geben können, hätte ich mir die 40 Minuten Fahrzeit sparen können. Aber wenn du dann in den Film mal weiterguckst, merkst du auch so, ja, du kannst sie auch verstehen, weil für die ist das halt ein Job. So hart es klingt. Und wir müssen nicht drüber reden, dass nicht nur Deutschland, sondern auch ganz viele andere Länder in Sachen Pflege nicht gerade ideal aufgestellt sind. Aber das ist ein guter, also er hatte fast schon was Lehrfilmartiges, würde ich sagen, ohne es jetzt böse zu meinen. Also ich hatte ja eine Zeit lang meines Lebens in der Pflege verbracht, also im Behindertenbereich. Ich weiß was, also wahrscheinlich ist es noch schlimmer geworden als früher, aber ich weiß schon, was da so alles abgeht. Aber wenn du das dann bei Ivo guckst, das wirkte halt sehr authentisch, sehr realistisch. Das ist kein Film, der auch irgendwie versucht, irgendwas zu unter- oder übertreiben. Und das macht ihn halt interessant, weil du halt durchweg in dieser Beobachtungsperspektive bist. Aber wie gesagt, er ist auch relativ fern von irgendwelcher Emotionalität. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich aus dem Film rauskomme und jetzt sagen konnte, boah, mit dieser Ivo habe ich eine Verbindung aufgebaut oder so. Das war es auch nicht. Na gut, okay. Weiß nicht, vielleicht ist das ja die geheime Stärke des Films, weil, was weiß ich, warum solltest du dann irgendwelche Sachen so darstellen, wie sie nicht sind. Ja, also das ist ein Film, ich kann den halt echt schwer empfehlen, weil das ist für ein bestimmtes Publikum. Komm, empfehle ihn doch. Ich empfehle ihn auch. Du musst ihn nicht schwer empfehlen. Also, ja, aber wenn er am 20. Juni in die Kinos kommt, ist er nicht gerade EM? Ich glaube ja. Ja, der passt dann ganz gut ins schwarz-rot-goldene Fahnenmeer, kommt dann so ein richtiger Knaller wahrscheinlich zum Achtelfinale. I, 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 wo, I, 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 wo. Kennen wir. Wäre übrigens lustig, wenn sie dann so einen Film einfach auf der Fanmeile zeigen würden. Nee, also, das ist auch, glaube ich, ich bin mir gerade unsicher, aber das ist ein Film, der wirkt auch so ein bisschen von der Optik her und von der Technik her wie so das kleine ZDF-Fernsehspiel. Das ist zwar immer ein bisschen fies, das zu sagen, weil das sieht halt nicht hochwertig. Ja gut, aber das liegt ja meistens nur am Geld. Also er hat schon so einen sehr rauen, sehr authentischen, realistischen Look. Das muss man schon sagen. Also er wirkt mehr dokumentarisch stellenweise als wie ein Spielfilm. Das muss man auch, wie gesagt, mögen. Ich höre durch. Ich komme jetzt auch zum Ende, weil, wie gesagt, ich glaube, die Essenz ist jetzt klar. Den Rest muss man dann selber rausfinden. Ich höre hier aus deinen Worten durch. Wenn der Film in einem halben Jahr in der Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen oder Arte ist. Oder Tele5. Ja, genau. Wobei, glaubst du, dass der auf Tele5 landet oder eher auf Dreisaden? Was gucken wir heute? Giant Spider vs. Octopus oder Ivo? Hm. Ja. Nee, dass man den dann einschalten kann. Und ich glaube, ich sehe hier, der dauert 109 Minuten. Also der wird jetzt auch nicht die Lebenszeit rauben, die er braucht. Dass man sich anschaut, wenn man auf einen ruhigen, gediegenen Film mit lebensnahem Hintergrund steht. Ja, also wer gerade so das kleine Fernsehspiel kennt und da vielleicht schon ein paar Sachen gesehen hat, der sollte sich Ivo mal vormerken. Vielleicht auch ins Kino gehen, weil Kino gehen ist immer super. Gerade wenn das die EM ist, dann freuen sich die Kinos, wenn da auch Leute hingehen, ob es Fußball ist. Aber ja, ich würde schon sagen, weil ich auch weiß, dass Ivo halt so eine Art von Film ist, der läuft halt nur in den großen Städten. Das heißt, wenn man in Recklinghausen wohnt oder so, ist es wahrscheinlich nicht, ist es unwahrscheinlich, dass er dort im Kino laufen wird. Also München im Werkstattkino dann. Genau, genau. Aber im Keller vom Werkstattkino. Was ist das noch im Keller? Es ist nämlich schon im Keller. Okay. Ja, also Ivo ist ein Film, der wird, glaube ich, sehr schwer zu sein, im Kino zu erwischen, obwohl er auf der Berlinale, glaube ich, recht gut angekommen ist. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist ein guter Mediathekenfilm und ich bin mir sehr sicher, im halben Jahr ARD, ZDF, Arte wird der aufschlagen. Und dann sollte man da mal reingucken und ich bin mir sehr sicher, dass viele mit dem nichts anfangen können. Aber ich glaube, dass wenn man damit was anfangen kann, hat man damit eine, in Anführungszeichen, gute Zeit, weil es eben kein einfacher Film ist. Es ist kein schöner Film, muss man es mal so auszudrücken. Weißt du was? Ich gebe ihm eine Chance. Ich bedanke mich schon mal bei dir für das Gespräch. Telestammtisch.de slash Discord, dem solltet ihr eine Chance geben. Das ist nämlich unser neuer Community-Server, der ist jetzt seit einigen, ja, wenn das jetzt ausgestattet wird, seit einigen Wochen dann schon freigeschalten. Und ansonsten natürlich gibt es uns überall, wo es Likes gibt und Kommentare. Werden immer gern gesehen. Denn die helfen uns weiter. Wusstest du eigentlich so, dass sehr, sehr wenige Leute, die uns hören, uns dann auch kommentieren oder abonnieren. Das ist eine Sauerei. Naja, mir wurde gesagt, dass es bei Spotify ja die Möglichkeit gibt, zu kommentieren. Aber da muss man die Kommentare freischalten. Was aber irgendwie gefühlt immer eineinhalb Jahre einmal passiert. Ich sage es nur. Vielleicht darf man uns das, ja, wollte man sagen. Vielleicht kann man uns da irgendwie in die Kommentare dann schreiben, wie man das beschleunigen kann. Egal. Also, www.teleminus-stammtisch.de, habe ich gerade erwähnt. Slash Discord nochmal. Hier, Community-Server, kommt zu uns, da könnt ihr mit uns quatschen. Da könnt ihr am Stu und mir auch mal so richtig privat die Meinung geigen, was wir wieder für einen Kack erledigt haben. Bleibt dann alles hinter verschlossenen Türen. Ich bedanke mich bei dir, vielen Dank. Und ich bedanke mich bei Ivo, denn, ja, ist vielleicht ein Film, den ich mal angucken werde. Ivo. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.